Nein, ich habe kein Geld. Nein, nein, ich habe kein Geld. Ahnett, Ahnett, Ahnett Das Schwimmbad ist teuer. Das Schwimmbad ist teuer. Das Schwimmbad ist sehr groß. Das Schwimmbad ist sehr groß. Das Schwimmbad ist teuer. Der Anwalt hat kein Geld. Der Anwalt hat kein Geld. Ich möchte ins Restaurant gehen, aber ich habe kein Geld. Ich möchte ins Restaurant gehen. Nein, ich habe kein Geld. Ich möchte, du möchtest Möchtest du ins Kino oder ins Museum gehen? Möchtest du ins Kino oder ins Museum gehen? Geld gehen? Gehen. Möchtest du ins Schwimmbad gehen? Möchtest Möchtest du ins Schwimmbad? Ich möchte ins Café gehen. Ist das Schwimmbad rechts oder links? Ist das Du möchtest ins Museum gehen, aber du hast kein Geld. Geld Der Schauspieler hat kein Geld 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Mitbewohner sind Peter und Tim. Meine Mitbewohner sind Peter und Tim. Oh, der Tisch ist hässlich. Ich habe, sie haben. Sie, ich habe, sie haben. Der Stuhl ist sehr hässlich. Hässlich. Meine Mitbewohner, Nina und Watson, sind zu laut. Meine Mitbewohner, Tim und Alex, sind nett. Meine Mitbewohner, Tim und Alex, sind nett. Oh, der Tisch ist hässlich. Der Stuhl ist alt und der Tisch ist modern. 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 Meine Freunde haben einen Stuhl. Der Stuhl ist modern. Warum ist der Tisch so modern? Warum ist der Tisch so modern? Modern. 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 Ich. Habe. Sie. Haben. Carlos und Mia einen Tisch? Ist der Tisch zu hässlich und modern? Ist. Ist. Der. Tisch. Zu. Hässlich. Und. Modern. Modern. Haben Carlos und Mia einen Tisch? Haben. Haben. Kalos. Und. Mia. Einen. Tisch. Haben. Tisch. Haben. Meper. Der. Tisch. Zu. Hässlich. Und. Modern. habilis und Leader Chafter gezogen. Mein Kenneth nh hundrauswitz. Mitbewohner sind Peter und Tim. Untertitelung des ZDF, 2020